so einmal herausgesucht was anomalie habe ich was verpasst wir haben noch 100 prozent dort so wir haben hier drüben nämlich noch die zwei systeme alles andere müsste eigentlich bei 100 prozent sein auch die wo es jetzt nicht direkt dran steht so und da würde ich sagen gehen wir erst mal nach die rider klingt nach einem tollen namen und klingt als ob rider dorthin gehen sollte nach die rider das können wir erstmal komplett untersuchen und dann gibt es noch das system das ist nach haval führt so das arbeiten wir jetzt gleich direkt ab so gehen wir erst mal kurz zu den planeten und danach suchen noch nach der anomalie ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht dass ich gar nicht mehr weiß was ich machen muss gibt es ja was ne ich habe nicht das gefühl gut offenbar müssen wir den einfach bloß finden im planeten okay dann machen wir gleich die anomalie ja ja war es das jetzt oder ich wollte sagen du musst mir auch was anzeigen soll das überspringen wir wieder mal wie immer so und die haben wir auch was das nehmen wir gerne mit und dann geht es wieder raus in den Weltraum nächster planet das haben wir doch schnell abgearbeitet das ganze oder einen quarianischen navprozessor haben wir gefunden das heißt es war ein quarianisches schiff gewesen gibt es denn hier irgendwas wenn er immer so da steht scanner aktivieren nö oder wer weiß okay zwei planeten bleiben noch die holen wir uns jetzt auch noch fix mal sehen ob es hier vielleicht auch mal was gibt ja das klang noch gut oder auch nicht hat es nicht gerade irgendein geräusch von sich gegeben das ding die wird doch auch hier leuchtet doch auch was drauf ihr verarscht mich doch ihr verarscht mich ich weiß es genau na gut dann der letzte planet irgendjemand muss doch hier was haben es kann doch nicht sein dass dieses frack das einzige ist das wir hier finden ein ganzes sonnensystem nur für ein schiffswrack ah schon besser so will ich das hören ein großer sturm dieser gewaltige sturm zieht enorme mengen an helium 3 in die oberen bereiche des gasriesen ein wertvoller fund falls ein abbau möglich ist gibt uns ein paar erfahrungspunkte immerhin und damit ist auch dieses system soweit abgearbeitet und wir können uns aufmachen nach farrowang wo wir haval finden das ist unsere heimat unsere vorfahren kamen aus diesem system von aval wie kleines von ihr aus erscheint ja ich habe schon größere systeme gesehen aber das heißt ja nichts zwei planeten gleich beieinander warum auch nicht nur kann man ja mal machen so da ist die anomalie sonde unterwegs orte ein großes mineralien vorkommen ok nice nehmen wir gerne mit und dann schauen wir mal weiter anomalie geortet eine anomalie der der komet dämmerungsstern klingt nach einem großartigen poetischen namen finde ich super ok schauen wir uns den dämmerungsstern etwas näher an da gibt es platin für uns das nehmen wir mit gut weiter nach post bar haben wir gerade den dämmerungsstern kaputt gemacht der ist irgendwie auseinander gefallen hatte ich das gefühl so war es aber auch okay hier gibt es nichts wie es aussieht bleibt noch farrowang und dann natürlich habe ich habe da gerade ein gesicht gesehen auf dem planeten so linke hälfte ja oder relativ weit links nach links schauen das gesicht dunkel auf hellem grund weiß ja noch mal zurück spulen vielleicht habe ich mich auch gerade vielleicht habe ich mir das nur eingebildet ich weiß es nicht aber es kam mir so vor gut schauen wir uns mal an was wir hier finden aha da ist was eingeschlagen sonde unterwegs ich habe etwas gefunden oder biomaterial wachstum ne doch nicht auf farrow wo sonst kaum etwas gedeiht da strecken sich riesige pilzwälder durch die feuchte und heiße luft ok warum nicht das kann man machen gut wir haben haben wir noch was oh auf post bar gibt es noch was wie es aussieht was mir entgangen ist Sauerei so da können wir gleich nochmal nach dem gesicht schauen jetzt seht ihr das das hier sieht für mich wie ein gesicht aus da ist das auge da ist die nase da ist der mund das sieht aus wie ein gesicht aber wieso wurde mir der planet jetzt noch angezeigt ich war doch hier gerade schon wollt ihr mich verarschen ich glaube schon ne na gut bleibt noch ein planet und das ist Havara der nächste den wir kolonisieren können oder wie sieht es aus das ist er also die landezone auf Havara ein grüner dschungelplanet das klingt gut das gefällt mir nachdem wir so viel eis hatten auf Volt das will ich sehen ab geht's gut die Waffen bleiben so die sind immer noch okay und wir nehmen mit ich würde sagen Tja Korra und Jarl das wird es sein ich glaube Korra und Jarl das wird unser Team auch wenn ich gerne mit Vettra durch die Gegend ziehe aber ich glaube mit Korra sollten wir noch ein bisschen mehr jetzt machen und los geht's ich schicke Ihnen den Navpunkt für Dapalav das Team der Moschel sollte dort sein es war früher eine angaranische Stadt es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug Anomalie auf den Sensoren etwas Großes möglicherweise feindlich leite Ausweichmanöver ein Moment ich glaube nicht dass das das sind Tiere also sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen ich bringe uns rein da sind wir also Haval heißt uns willkommen und hier sieht es tatsächlich sehr dschungelig aus ein kurzer Blick auf die Karte da ist noch eine sehr kleine Landezone bislang aber das ist okay unser Nomad ist nicht mit hier dieser Planet ist so voller Leben vielleicht gibt es hier draußen ja doch goldene Welten ja diese Welt ist atemberaubend aber die Wildnis kann auch das glaube ich dir aufs Wort so das scheint also ein bisschen anders zu laufen mich hätte es auch ein bisschen gewundert muss ich zugeben wenn wir hier mit dem Nomad jetzt so frei rumgekurvt werden wenn das eine Dschungelwelt ist aber schauen wir mal wie das läuft vielleicht ist das hier tatsächlich reine zu Fuß Exploration kann ja durchaus sein mit der Forschungsstation haben wir glaube ich schon den ersten Punkt gefunden zu dem wir dann per Schnellreise können keine dieser Messungen zeigt irgendeine Veränderung an wie kann es sein dass sich nichts verändert okay bevor wir mit ihr reden schauen wir uns das Datenpad an Aufzeichnungen Assistent Torwar übersetzt aus dem Schelesch ein unglaublicher Fund letzte Woche im Feld ein Shuttle aus der Zeit vor der Geißel ist unten in der Schlucht aufgetaucht aus der Ferne sieht es so aus als sei die Absturzstelle erstaunlich gut erhalten vor allem angesichts der Bedingungen auf Haval ich weiß dass Kiran mich nicht Entschuldigung ich weiß dass Kiran mich damit beauftragt hat den Monolithen zu untersuchen aber vielleicht könnte ich dort hinunter gelangen und mir die Sache ansehen nur kurz um zu überprüfen ob es dort etwas für Avela gibt ok also auch hier ein Monolith ich bin gespannt mit den Monolithen die auf Aya und hier auf Haval sind wo eigentlich die Atmosphäre nicht geändert werden muss ob wir da vielleicht was kaputt machen wenn wir dann in die Gewölbe gehen und da was ändern wer weiß Joll was machen Sie denn hier in Begleitung dieser Leute Kiran das ist Pathfinder Ryder aus einer weit entfernten Galaxie Ryder Kiran Dahls leitende Wissenschaftlerin in Dar Palav als Vertreter der Andromeda-Initiative fühle ich mich geehrt sie kennenzulernen sind die alle so förmlich? ich glaube nicht wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen haben Sie es noch nicht gehört? bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schief gegangen Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gegangen Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktion na das klingt ja traumhaft sind Sie noch am Leben? Ihre Vitalwerte sind stabil und Ihre neuralen Muster ähneln denjenigen von Personen im Tiefschlaf wir haben Sie verschiedenen Stimuli ausgesetzt und Ihnen Kichari injiziert aber nichts hat funktioniert lassen Sie es Ryder versuchen er hat mit Relikt-Technologie in einem Gewölbe interagiert oder zumindest behauptet er das in einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul aber gut wenn Sie denken das Alien könnte uns helfen werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen der Monolith ist nicht weit von hier tun Sie was Sie können aber seien Sie vorsichtig wir wissen nicht was die Stase ausgelöst hat es könnte also erneut geschehen das Alien klingt immer so despektierig Frechheit na gut auf jeden Fall haben wir unsere Hilfe angeboten und sie scheint so widerwillig angenommen worden zu sein wir schauen mal okay nach Norden müssen wir um das Ding zu machen äh zu aktivieren Rushal 4 okay hier drüben steht er und hier ist das Kommunikationsterminal ich glaube das ist ne ist es nicht ich dachte das wäre jetzt das womit wir hier den schnell die Schnellreise aktivieren könnten der alte Lusch was macht er denn hier okay Jarl trifft auf alte Bekannte aber wir gehen erstmal an das Terminal hier Antwort Update übersetzt aus dem Schleisch Pavor Akiran freut mich zu hören dass die Cat ihren Forschungsposten nicht erreicht haben wir haben dieses Glück hier nicht sie überlaufen die alten Tempel sie überlaufen die alten Tempel förmlich und versuchen die Relikt Technologien zu zerlegen wir versuchen sie zurückzuschlagen aber selbst mit den Verstärkungen des Widerstandes sind es einfach zu viele der Commander hat den Rückzug angeordnet ich weiß sie hatten ein Auge auf diese Tempel geworfen aber wir können nichts tun wir riegeln das Gebiet ab niemand geht hinein nichts kommt heraus seien sie vorsichtig Kiran die Welt ist hart Gareth Antwort Absturzstelle Lusch vielen Dank dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben eine derart gut erhaltene Absturzstelle ich würde alles geben um sie zu sehen ich werde versuchen jemanden zu schicken der fähig genug ist sie wird vermutlich gut bewacht und bitte sorgen sie dafür dass Torwar nichts davon erfährt ich weiß dass er es sich selbst ansehen wollen würde aber er kann mit den Gefahren nicht umgehen ich würde mir niemals verzeihen wenn er bei dem Versuch zu helfen Schaden nimmt passen sie da drüben auf sich auf und ich wünsche ihnen immer sonnige Himmel Avela ein schwieriges Anliegen Kiran sie haben sicher von dem Angriff auf Anlage 7 gehört der Verlust von Dr. Varyshav war ein schwerer Schlag für die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft und nun sind viele der Forscher von Anlage 7 auf der Flucht und brauchen einen neuen Posten die meisten werden nach Arya gehen um sich zu erholen aber einige werden auch hier auf Haval weiterarbeiten wollen ich habe ihr Lager als geeigneten Übergangspunkt empfohlen ich weiß dass die Ressourcen knapp sind aber ihr Lager ist das einzige das die Cat ignoriert haben ich will diese Leute nicht so kurz nachdem sie den Tod ihres Vorgesetzten miterlebt haben in Gefahr bringen und sie können die Hilfe bei ihrem Monolithprojekt bestimmt gebrauchen denken sie darüber nach und geben sie mir bis morgen Bescheid passen sie auf sich auf Mandar pass auf dich auf Kiran du bist in Sicherheit oder? ich habe gehört dass die Cat wieder die alte Stadt angegriffen haben ich weiß dass du auf der anderen Seite des Planeten bist aber das ist immer noch zu nah mit der Fauna und den Relikten ist Haval ein äußerst gefährlicher Ort Marley und Nesta machen sich Sorgen um dich ich mache mir Sorgen um dich deine Arbeit ist wichtig das weiß ich aber versprich deiner alten Mutter dass du auf sie hörst wenn der Widerstand dich evakuieren will ich will nichts von diesem Unsinn hören dass das Wissen des Risikowert ist ich habe zu viele deiner gebrochenen Knochen gepflegt als du ein Kind warst gönn mir wenigstens im Alter Ruhe deine Mutter die dich vermisst und Bericht aus Aya Rachel ich hänge die Daten an die wir bei unseren Bemühungen auf Aya gesammelt haben die Geißel zu kartografieren wir haben bei unseren Forschungen einige Unregelmäßigkeiten gefunden hauptsächlich Staub aber vielleicht wollen sie es sicher ansehen wenn das Material nicht zu anderen Welten in Hildius passt würde es ihre Theorie zu Koloniewelten stützen natürlich ist das alles Spekulation sie müssten jemanden rausschicken um Proben zu nehmen aber ich dachte mir es wäre ein Versuch wert wenn wir das Geheimnis unserer Vergangenheit ergründen wollen müssen wir zusammenarbeiten mögen die Sterne sie leiten Mariko viel zu lesen viele Infos aber wir sehen die Dinge laufen hier nicht so gut wie sie laufen könnten und das liegt mal wieder an den Kett ich habe den Hinweis gehört dass sie hier draußen sind aber ich war nicht darauf vorbereitet sie persönlich zu treffen mein Name ist Ryder ich gehöre zur Andromeda-Initiative es heißt sie wollen uns helfen ich frage mich was sie wohl so alles tun würden alles ich würde alles tun ich bin bereit zu beweisen dass meine Leute gute Verbündete sind eine starke Aussage die aber meine Frage nicht beantwortet mein Name ist Rochelle Weir ich bin Archäoastronomin ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen ich will unentdeckte Kolonien finden mit denen wir den Kontakt verloren haben potenzielle Verbündete gegen die Kett sie denken dass es Angara Welten gibt von denen genau das wollte ich herausfinden und dann passierte diese Katastrophe als ich gerade nicht da war ich dachte mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört aber dann habe ich erfahren dass ein Teil des Gebäudes noch steht ich wollte meine Forschungsdaten rausholen aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung dann werden wir uns drum kümmern aber erzähl mir doch mal was für Tiere das wäre vielleicht ganz gut zu wissen Kein Ding, kein Ding so das machen wir natürlich gern wir nehmen gerne auch weitere Missionen entgegen ansonsten sollten wir jetzt vielleicht mal oh hier ist tatsächlich noch einer da ist dieser Looch von dem gerade schon gesprochen wurde Jarl hat ihn offenbar schon durch die Scheibe gesehen aber erstmal das Datenpad Arbeitstitel Palavs Niedergang Palav wurde im Schatten von Reliktgebäuden gegründet und war ein Zentrum des Handels und der Bildung wer funktionierende Reliktmonolithe beobachten wollte wurde hierher geschickt tief in den Tunneln der Reliktruinen konnten wir das Summen rätselhafter Maschinen mit unbekanntem Zweck hören an den Rat gekritzelt zu dramatisch? ist das ein Geschichtsbuch? äh das ist ein Geschichtsbuch kein Krimiroman Erinnerung erwähnen dass der gesamte Dar vom Dschungel überwuchert wurde und nur noch ein kleines wiederhergestelltes Gebiet steht das als Forschungsaußenposten verwendet wird außerdem die Reliktgebiete erwähnen die wir immer noch meiden sollen Novoa Sabay Zabum für anderen kaufen was auch immer so sprechen wir doch mal mit Looch ich glaube der wird sich freuen wieder auf Jarl zu treffen aber vorher klauen wir noch ein paar Mineralien ich dachte du würdest vielleicht mit Jarl sprechen schließlich steht er da und ihr scheint euch jetzt zu kennen aber hi ist alles in Ordnung? Sie wirken verzweifelt wollen Sie einen Orden für diese scharfsinnige Beobachtung? Sie sind der Alienbesucher der auf Arya nach unserem Gewölbe gefragt hat Sie haben von mir gehört? Wer nicht wenn merkwürdige neue Spezies auftauchen spricht sich das rasch herum man kann nach dem Cat nicht vorsichtig genug sein Looch Anson Historiker des Geschichtsspeichers Arya Hören Sie wenn Sie nichts brauchen würden Sie dann bitte gehen ich organisiere gerade einen Transporter runter von diesem verfluchten Planeten aber warum denn das? gerade jetzt wo ich komme und es besser werden sollte warum sind Sie von Arya hierher gekommen? Kierens Team hat bei Ausgrabungen in den alten Ruinen Artefakte der Relikte gefunden ich sollte sie für den Speicher abholen es hätte höchstens einen Tag dauern sollen aber die Dinge laufen ja niemals plangemäß stimmt's Sie scheinen Haval nicht sonderlich zu mögen die anderen Regionen von Haval sind okay aber das hier? oh nein mit dieser Wildnis komme ich einfach nicht zurecht glauben Sie diese Schutzräume wären sicher? weit gefehlt heute morgen habe ich eine dornige Ranke in meiner Koje gefunden ich bin hier gestrandet weil ein Ast den Energiekern meines Futtles durchbohrt hat klingt super das erinnert mich stark dran ich hatte jetzt vor kurzem mal der illustrierte Mann von Ray Bradbury gelesen also Ray Bradbury ist der der Fahnenheit oh lass mich lügen wie ist die Zahl? 4, 5, 1? ich habe keine Ahnung geschrieben hat Science Fiction Autor und das ist sehr interessant weil er ja Science Fiction vor boah keine Ahnung 70 Jahren geschrieben hat oder so also das ist schon relativ alt das kannst du halt glaube ich nicht aber über 50 Jahre glaube ich ist das schon her und für ihn ist die Science Fiction Zeit dann oft auch mal unsere jetzige Zeit und bei ihm ging es dann auch so drum um Reisen auf Mars oder Venus also das war so im Prinzip der Horizont mit dem da oft gearbeitet wurde und da gab es eine Geschichte von einem Trupp der auf der Venus war fand ich sehr interessant die Venus war da ein Planet auf dem es immer regnet und auf dem halt ein sehr dichter Dschungel ist und da war es auch so dass Leichen wenn Leute gestorben sind dann wurden die Leichen innerhalb kürzester Zeit überwuchert von Ranken und waren weg dann einfach und das war fand ich ganz interessant wie er das geschrieben hatte also die Menschen sind einfach wahnsinnig geworden wenn sie längere Zeit draußen waren weil immer überall Wolken waren richtig dichte Wolken man hat also nie die Sonne gesehen deswegen hat man dann Sonnenräume installiert oder Sonnenbunker ich weiß gar nicht mehr wie die genau hießen jedenfalls Bunker in denen quasi künstliche Sonnen waren damit man sich da dran wärmen kann aber die waren eben gestrandet in der Wildnis dieser Trupp und die sind dann wahnsinnig geworden weil eben ununterbrochen starker Regen da war und sie es die ganze Zeit auf die Rübe bekommen haben ihnen hat die ganze Zeit der Regen auf dem Kopf geklatscht und die sind davon einfach verrückt geworden und die Verrücktheit hat sich dann so ausge oder hat sich dann so gezeigt dass die Leute einer nach dem anderen einfach stehen geblieben sind den Kopf in den Nacken gelegt haben den Mund geöffnet haben und ertrunken sind im Regen fand ich sehr spannend muss ich sagen fiel mir gerade dazu ein weil er so meinte dass sein Energiekern von einem Ast durchbohrt wurde weil es schnell gewachsen ist aber gut reden wir noch schnell fertig und dann will ich auch mal Feierabend machen mit der Aufnahmesession Sie haben Ruinen der Relikte erwähnt Gibt es hier viele Relikte? Ja, wenn Sie draußen im Dschungel waren haben Sie wahrscheinlich einige davon gesehen Wir glauben die Ruinen gehörten zu einem weitläufigen Komplex der Relikte Wir haben Gänge gesehen die sich ober- und unterirdisch entlang binden Vor Generationen hat unser Volk Zuflucht gesucht in dem was wir hier gefunden haben So ist Paläf entstanden Gab es keine feindseligen Relikt-Maschinen? Den Chroniken nach nicht Wir haben natürlich Artefakte gefunden Einzelteile, die wir studieren konnten Aber es heißt es wäre gewesen als würde man in ein leeres Haus einziehen Heißt das wirklich Paläf? Weil da stand Paläf Wäre mal interessant zu wissen wie es denn nun heißt Na gut, okay Also Ich will Sie nicht länger stören Sehr gut Achten Sie da draußen auf die Pflanzen Die sind fies Danke für den Hinweis Also er ist dann ja doch ein bisschen kooperativ geworden und hat uns dann noch ein bisschen geholfen hiermit Das ist also der erste Eindruck den wir von diesem Planeten bekommen Wirkt gar nicht mal so positiv Wer hätte das gedacht? Vielleicht ist dann tatsächlich unser Ziel die Atmosphäre so zu verändern dass es weniger dschungelig ist Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt So, aber man scheint nicht direkt Die Tempest hat diese Position als geeigneten Aufklärungspostenabwurfpunkt markiert Wir können sie mal auch uns markieren Ich würde das schon gerne noch jetzt aktivieren Ah, da vorne Siehst du mal Das ist interessant Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten Also hier werden wir uns tatsächlich offenbar zu Fuß vorwärts bewegen Das ist spannend Und die Lebensfähigkeit ist bei 2% Ich würde denken ein bisschen höher als die hier eigentlich schon von sich aus Aber gut Wir werden uns beim nächsten Mal uns noch alles ein bisschen genauer anschauen Ich will nochmal kurz schauen Was gibt es denn hier für Feinde? Ich sehe gar nichts Wir sind aber auch noch in einem sicheren Gebiet Kann das sein? Ich glaube schon Dann bleiben wir hier auch Also beim nächsten Mal erkunden wir eine vollkommen neue Welt Ich bin echt gespannt Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus Und könnte ganz witzig werden Ich bin echt gespannt Was Havazo für uns zu bieten hat Wir werden es uns beim nächsten Mal anschauen Bis dahin Macht's gut Und haut rein Wir werden es uns beim nächsten Mal